Hallo Ladies and Gentlemen und wir sind zurück in Stargate Empire at War. Wir sind dabei. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie die Gold zurückdrängen. Und hier jetzt auch die. Sollen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie die Gold davon abhalten. So, wo greifen sie an? Es ist die im Flaggschiff. Wir müssen jetzt was dagegen unternehmen, das hier. Ja, Mastaba. Wo haben wir den Anubis? Ach der ist in dieser Flotte. Ach Mensch. So. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Lottie befangen. Und vielleicht doch unsere Flotte aufteilen. So. 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 Sooo, das müssten wir schaffen. Ein paar, ja. Sonst Borda sind geflüchtet. Sooo, wir stehen jetzt hier bei den Dara. Ja, das müssten wir schaffen. Das ist ein altes Hatak. Systemflagschiff und ein altes Hatak. Okay. Das ist ein altes Hatak. 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 Sooo, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Schildkinder-Toren ausschalten. Ja, jetzt ist das dem Flagschiff schon. Ähm, das Schiff ist jetzt schon, ähm... Das war's dann für die. Ähm, so ist das hier ebenfalls schon. Sooo, wir brauchen ja Anubis. Das brauchen wir hier. Müssen wir hier den Dara zurück... zurückerobern. Hintel 2. Sooo... Ähm... Gut. 4 Hataks. Und jetzt wird mich hier gleich mal angreifen. Um die Planeten zu sichern. Nah, warte ich mal einen Gedanken. Das war die ganze Zeit. Vierthö Id acho. goddamn noch auch inch кол swing am Anfang bei seinem Schiff in den Giros. Mit eribilidad, parishioner nouveau zu werden. Kicker shot, get through! Oh, ah! Jafar, Shell, not Kree! Kree-chop! Kale-chop? Kale-chop! Kree! Had to go! Kree-chop! I should go! NICHO Vorada-add! Hershow... Kraleshow! Kree-chop! We okay with 아까 Nicheop, so dwam! Kree! Oh, panto-off! So, eine Cache, ähm, ja, und eine Abteilung Schlangen machen. Um, is there anything else I can do to prove my will, my lord, is there anything else I can do to prove my will, my lord. Oh, 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 my lord. Was ist das? Was würden sie denn nicht wissen wollen, was sie tun sollen? So, das Gebäude ist weg. Baby Brown, yes my lord. So 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 Sehr gut, wir haben dann der Rad zurückerobert. Trotz allem, zwei Todesgleiter verloren. Puffis, du gehst mir hier hin und du gehst mit da hin. Wir müssen jetzt so eine Taktik vorgehen, dass wir hier... ...langsam aber sicher verrückt nur angreifen können. P3X, da oben ist U. Können wir da eingreifen von hier aus? Ne, leider nicht. Jetzt müsste er eigentlich hier zuschlagen. Bei PX, P3, S114. Ähm... Das müssten wir abwehren können. Dank der Stabwaffen am Boden müssten wir es schaffen, dass wir ihn hier aufhalten. Die Kapitel Satellite. Die Kapitel Satellite. Die Kapitel Satellite. Die Kapitel Satellite. Und eigentlich... ...of course. Nun. Untertitelung des ZDF, 2020 So viele Hunde sind schnellen Hasen tot Hier, of course Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Sterbwaffenverteidigung schicken wir hier hin Und dann werden wir gleich mal sehen wie weit die Juhu hier noch kommt, da kommt er ja. Und dann werden wir gleich mal sehen wie weit die Juhu hier sind. Zzzz. So, bis auf einen Satz der Ditenboden wurde die Verteidigung schon zerstört. So, bis auf einen Satz der Ditenboden wurde. So, jetzt können wir euch die Verteidigung aufstellen. So, bis auf einen Satz der Ditenboden wurde. So, bis auf einen Satz der Ditenboden wurden. Es ist viel geschlagen Wir haben ihn nicht geschlagen Die meisten Anastronen sind uns Es haben sich uns angeschlossen Und Es wird Zeit die Tauri aus der Galaxis zu jagen Sehr gut Jetzt haben wir einen Bonus bekommen Lade nicht So Wir werden uns jetzt um die Restlichen Systemplätze kümmern Ich bin Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin jetzt in Ordnung. Ich habe mich auf eine größere Herausforderung gewartet, als die die du findestellst. Ich habe mich nicht so lange geholfen, sondern ich habe mich nicht so lange geholfen. So, so good. Auf der Nacht können wir das neue Wir sind alle bereit für unseren Anschlag Ich will die Haori vernichten, greifen sie die Erde an Ja, noch nicht Zuvor werden wir uns hier um diese Armee kümmern Denn wir müssen uns trotzdem noch um die Die Verfahrenkoalition kümmern So, Abhofes haben wir hier So, die zwei Verteidigungen haben wir ebenfalls hier stehen Und die sind hier in die Flanke fallen Und dann Die brauchen wir nicht Können wir hier ohne Erobern Oder Cassandra Dann die Weltplanet hier unten Dann haben wir diese Linie wieder Direkten Weg zur Erde Die Weltplanet hier unten So, die sollen sich erstmal am Schütze der Flotte, der Feuerkraft der Flotte verstecken und einem Schütze der Flotte, der Flotte, der Flotte sind. So, die Station ist zerstört. So, jetzt ein Attack, wir könnten mal ein altes Attack bauen, eine Blockade, oder ein ganz kleines. So, jetzt würden wir erstmal Hazara angreifen, dann haben wir hier unten einen Weg auf diese vorgeschobene Linie. Wenn wir dann diese Basen hier attackieren können, dann hätten wir den Vorteil. Das scheint die Hauptwelt zu sein. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, okay. Dann merkt man jetzt, wie wichtig Geleitschutzschiffe sind. Geleitschrift. Sehr gut. Das haben wir gewonnen. Das müsste eigentlich zu schaffen sein. Jetzt müssen wir die Bombe bewahren. Wir warten jetzt einfach ab und machen die altbewährte Methode. Offiziales Bomber der Mord. Das war's. Das sind wir gleich schon mal. Luftunterstützung ist allerdings gar nicht so schlecht. Das war's. Oha, ich wusste nicht, dass die so nah sind. Ich wusste nicht, dass die Truppen so nahe sind. Das war's. 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 Hmm. Yes, brother. I'm going to hold him. Very good. Oh. 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 ... So, let's go online. Okay. So, jetzt müsste mein Planeten eigentlich haben. So, wir haben es geschafft. 3 Schlangebächter Alkoholkrieger, 3 Akesch. Ich werde jetzt gleich die Flotte zurückschicken. Die Blockade über Yuna muss gebrochen werden. Und von denen eins. So, zieh dich hoch in den Norden zurück. Und dann springen wir die Brom. Und dann kommt die Flotte zurückschicken. Und dann kommt die Flotte zurückschicken. So. So. So, jetzt kommt es hier zum Kampf. So. So. Schauen wir mal die zwei aus. So. 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 Das hat er. Die schicken wir jetzt hier hin. So. 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 die verstärkung durch den hier zurück erobern dann können wir hier ebenfalls vorasch ebenfalls zurück erobern ist die sache hier und nämlich bereinigt um 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 So, sofortige Waffenkonzentration. Hier auf den Hanggang. Sehr gut. Und wir speichern hier jetzt aber an. Unter Pegasus 3.10. Und sehen uns zunächst für Gewieder. Bis dann. Und dann. Exekut. Rücksicht.